Sie sind hier, 17. November 2018, 23.21 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Robert Huth steht beim AC Milan im Gespräch Urheberrecht, Getty Images wäre eine der überraschendsten Verpflichtungen der laufenden Saison. Einem Bericht zufolge beschäftigt sich der AC Milan mit dem vereinslosen Robert Huth. Der verletzungsgeplagte AC Milan prüft offenbar eine Verpflichtung von Robert Huth. Wie Sportmediaset berichtet, ist der frühere Nationalspieler einer der Kandidaten, die die Abwehr-Misera der Italiener lösen könnten. Bei Milan fallen Matteo Mosaquio, Matzia Caldera, Giacomo Bonaventura und Lucas Pilla auf unbestimmte Zeit aus. Am Wochenende gesellte sich nun auch noch Alessio Romagnoli mit einem Muskelfaserriss hinzu. Huth stünde kurzfristig zur Verfügung. Seitdem Leicester City seinen Vertrag im Sommer nicht verlängert hat, ist er vereinslos. Jetzt die Sport1 App herunterladen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Vizepräsidentin.